Ein wunderschöneres Malz und Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Let It Die. Ja, genauso muss man das Let's Play beginnen. Es ist, ähm, ich weiß gar nicht, ich war nämlich die letzte Folge aufgenommen, äh, vor knapp zwei Wochen. Ich glaube vor knapp zwei Wochen haben wir die letzte Folge aufgenommen. Also es kann sein, dass ich jetzt erstmal wieder ein bisschen reinkommen muss. Auf jeden Fall, hier im Locker-Bonus haben wir noch ein bisschen Geld drin, das kann ich noch nicht holen, weil, ähm, wie war das, was war das Start, ne? Ja. Weil hier oben seht ihr schon, ich habe, äh, 38.901 Münzen von 40.000, das heißt, ich kann nichts mehr einlösen, weil ich schon fast das maximale Geld in diesem Game erreicht habe, was man da beitragen kann. Ich weiß, Leute, ich weiß, I'm a fucking rich bitch. Und ihr seht schon, ich habe auch noch ein paar Tonenköpfe oben, ich habe jetzt 19 von diesen bunten Tonenköpfen, die habe ich bekommen, indem ich einfach nur täglich einen Locker-Bonus gemacht habe und so ein shit. Wie gesagt, das sammelt sich so ein bisschen, so ein bisschen an. Auf jeden Fall habe ich auch ein bisschen Neues über das Game gelernt. Auf jeden Fall können wir jetzt Abzeichen ändern, das konnten wir eigentlich auch schon vorher. Nur, ich wusste es nicht. Weil, guck mal, jetzt haben wir hier zum Beispiel Bonus, zum Beispiel erhöht maximale LP um 20%, erhöht Angriff um 7% und erhöht Abwehr um 10%, erhöht Angriff und Verteidigung von War. Ich würde sagen, wir nehmen das hier. Ja, wir können ja auch noch später andere Sachen machen, aber ich glaube, da muss man irgendwie, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Das habe ich auch erst bei meinem Bruder gesehen, weil der spielt das Spiel auch momentan. Und da habe ich halt gesehen, ja, man kann hier sowas machen. Pilzsuppe kaufen, 50.000? Ich kann nicht mal so viel Geld dabei haben. Ich kann nicht mal so viel Geld dabei haben. Ja, ja, die und ihre Pilze, die und ihre Pilze. Guck mal, jetzt haben wir nämlich schon, äh, jetzt können wir 312 Leben haben. Ist das nice oder was? Ist das fucking nice? So, was wollte ich jetzt, genau, ich wollte jetzt erstmal hier noch, ähm, Lage erweitern, genau, damit ich noch mehr Sachen drin haben kann. Genau, das wollte ich auch noch machen. Je, ich weiß, ein professioneller Let's Play hätte das vor der Aufnahme gemacht, aber hey, ich dachte mir, Komm, Let's Go, das machen wir jetzt, also mal easy. Je, 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 ich weiß nicht, was ich sonst mit den Münzen machen muss, deswegen haue ich das alle raus. Ich denke mal 120, dann hören wir erstmal auf. Ich denke 120, die sind erstmal gut angelegt. So, automatisches Update, nein, diverse Ressourcen. Achso, hier kann man sehen, wie viel ich insgesamt habe, okay. Okay, 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 Leute, okay. Ich würde sagen, wir gehen, neue Post, ich habe neue Post. Okay, jetzt kommt, warte mal, nee, Post, nee, Post konnte ich woanders nachlesen. Hier war nur Lock-In-Bonus, ne? Ja, hier waren nur die Premium drin, äh, ich glaube, Post war hier, da. Und dann war da hier irgendwo Nachrichten, ganz genau. Kapazierter weiter, Kapazierter weiter, Kapazierter weiter, oh mein Gott, wow, was für geile Nachrichten. Okay. Ja, ja, guck mal, hier, hier, seht ihr's, hier seht ihr, Lock-In-Bonus. Lock-In-Bonus, da habe ich die ganzen Dinge alle gesammelt, bis und geht nicht mehr. Damit wir halt jetzt, äh, wenn wir aufnehmen, erstmal schön vorankommen, hoffentlich. Wie gesagt, ihr habt das Spiel jetzt erstmal so, um, ein bisschen nicht gespielt. Kann ich etwas bei ihm hier eigentlich mal machen? Nein, kann ich aber noch nicht, okay. Ah ja, Schnauze. Okay, Leute, let's go. Achso, ja, das war das, das ging da oben. Ne, das konnte ich noch nicht, äh, das brauchte ich nochmal zum Leveln. Ich schau nochmal ganz kurz, da brauchte ich diese komischen EP, oder waren es diese Feuerdecke? Ach nee, EP, okay. Weil ich dachte, ich bin, ich weiß nämlich immer noch nicht, was ich mit diesen, äh, mit dieser blauen Flamme oben rechts machen kann unter den Münzen. Da weiß ich noch nicht, was ich damit machen kann. Ich hab da jetzt noch ein paar Punkte, aber ich kann nichts damit anfangen, großartig. So, hier ist der Fahrstuhl, dann kommen wir, jetzt fahren wir wieder dorthin, wo wir Ersten waren. Obwohl, fahren wir da jetzt automatisch hin, oder machen wir nochmal den ersten Raum durch, damit wir ein bisschen leveln können? Machen wir den ersten Raum nochmal, weil ich würde gerne wieder reinkommen, dann macht der erste Raum, glaub ich, praktisch, äh? Scheiß drauf, wir fahren erstmal wieder nach oben. Ja, ja, ich bin mir ziemlich sicher. Ich denke mal, ich hab noch drauf, okay, ich denke mal, ich hab's noch drauf. Ich meine, es ist ja ungefähr... Ich vergleiche es, das spiel halt leider mit Dark Souls sehr oft. Tut mir leid, es ist halt ein bisschen für mich... Ich hab halt bei dem Spiel wirklich Dark Souls-Feeling, weil es einfach schön schwer ist. Und das ist halt so bei mir so, ah, Dark Souls, schön schwer. Da kann man mal sterben. Oh ja, das ist mein Jam. Wir sehen echt cool aus, wir sehen auch wie so ein richtiger Psycho-Killer, wisst ihr das? Ich meine, mit so einer gelben Plastikjacke. Mit ganz blutigen Messern um den Hals, ja. Wir sehen aus wie ein fucking Psycho-Killer. Ich will mal was gucken, ob ich den Fahrstuhl hier was machen kann. Yeah. Die verbeugt sich und zack, ist das Ding wieder zu. Oh mein Gott, da ist einer. Dude! Ey, dude! Dude! Und ich nicht irgendwie... Warten, 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 jetzt, 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 Dropkick! Wollt ihr mich verarschen? Ich punch dich weg! Punch Club! Oh! Mh! Oh, die Musik! Ja, Lager bitte! Ich habe erstmal genug Waffen. Wir sehen ja rechts, was ich hier so an Waffen habe. Ich habe erstmal genug. Auf jeden Fall, let's go weiter mit Fäusten. Oh! Leute, ach, guck mal hier, das ist ein anderer Spieler, der hier verreckt ist. Wie ich nur mal gesagt habe, das seht ihr unter dem Level und an den komischen Namen. Der heißt jetzt, äh, warte mal, warte mal, scheiß Gabe auf Gabe, Mann. Twisted Mind. Der ist hier verreckter Typ. Oh! Hier kann man rollen. So kann man springen. Ach so kann man rollen, okay. Tut mir leid, ich will... Nein! Dann kommt noch der Nächste, oder was? Dann kommt der Nächste. Okay, Leute, jetzt müssen wir harte Geschütze auffahren. Harte Geschütze. Nein! Ja, okay, nice, er hilft mir. Oh! Oh! Was? Are you fucking kidding me? Geh doch! Jetzt roll weg, roll weg, dude, roll weg, roll weg! Ich will nicht sterben. Wait. Wait. Oh! Hier kann man blocken. Hier kann man blocken. Oh! Wow. Wow, wow, ich habe richtig hart reingesackt. Ich habe richtig hart reingesackt. Okay, das Ding ist noch vernünftig. Ich würde mal sagen, das nehmen wir mal mit. Und packen das hier hin, weil die Waffe, die wir jetzt gerade in der Hand haben, die ist gleich Schrott. Die macht gleich Peng. Leute, unsere Hose ist kaputt. Kleidung geht auch kaputt in dem Game, was? Ich dachte, Kleidung ist das Einzige, was ich noch behalten kann. Fuck. Ah, guck mal, so konnte ich sneaken. Weil ich habe auch bei meinem Bruder gesehen, wenn ich mich hier anschleiche, kann ich diese Sachen hier aufsammeln. Komm, ich muss sie fressen. Jo. Bing. Wieder Leben bekommen. Nice. Erstmal einen schönen Frosch gefressen. Kann man mal machen, denke ich. So. Let's go. Metallschläger. Wir haben erstmal genug Waffen, ne? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir sterben werden, deswegen haben wir erstmal genug Sachen. Okay. Oh, nein. Nehmen wir mit. Wir haben erstmal noch eine Mark genommen. Jetzt nehmen wir die erstmal mit. Okay. Ich weiß, sie muss eigentlich in die andere Richtung. Ich weiß, Leute. Ich weiß. Gegen den hat keinen Bock. Okay, ich habe doch, äh... Ah, guck mal, ist hier oben eine Pilze noch. Wie konnte ich wechseln? So, ne? Ja, so. Habe ich irgendeinen noch einen? Äh, nicht von jedem nur einen, ne? Oh. Ich habe das Ding hier. Warte. Oh, da ist das Touchpad, ne? Das bringt mir noch irgendwas... Okay. Fress ich das Ding jetzt oder fress ich es nicht? Ich meine, meine Leben sind beschissen. Ich glaube, bei dem... Was das betrifft, sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass meine Leben gerade echt beschissen sind. Ich würde einfach mal sagen, fuck it, ne? Ich... Und wo? Warte mal. Wir machen erstmal hier. Um das nächste Areal freizuschalten. Yeah. He, he, he. Und dann hier, Rolltreppe. 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 Alle. Aber es ist endlich mal noch... Nur mal so als Frage. Wer weiß, woraus das gerade stammt, was ich gerade gesagt habe? Wenn du es weißt, dann bist du definitiv zu jung für dieses Spiel. Das will ich doch mal gesagt haben. Ach ja, ich erstellte... Ach ja, da war ja die geile Funktion, dass du sehen kannst, wo du langgelaufen bist. Aber ich habe so reingesackt. Ich habe so reingesackt, Alter. Oh, das ist scheiße. Oh, das ist richtig scheiße. Ich habe richtig aufs Maul bekommen. Und meine Lehmstimme zu, was das betrifft. Neue Quest wurde freigeschaltet. Ach stimmt, man kann ja Quest annehmen. Genau, ich wollte eigentlich noch eine Quest annehmen, bevor ich hier was mache. Jetzt wieder zurück, Leute. Was sagt ihr? Was sagt ihr? Wieder Rolltreppe drücken und dann wieder nach unten. Wow. Das ist mir noch nie so richtig aufgefallen. Das ist widerlich. Oh, ein Pilz. Das ist ein Granatenpilz, nicht wahr? Angriff plus 50. Okay, den nehme ich mir definitiv für den Boss auf. Safe ist der für den Boss. Oh, 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 oh. Ich muss... Nice. Nein! Ich hasse... Die Waffe. Oh, raus. Komm weg. Oh. Dude. Warte, weil ich hab'n Plan. Ich hab'n Plan, weil jetzt klingt grad zu viel auf den Haufen. Und ich mich hier so rein stelle. Kräft an. Nice. Das ist mein Plan. Das ist mein Plan. Oh. Nein, weg, weg. Oh. Ich dachte, ich wär'n noch weg. Komm weg. Okay. Okay, ich hab'n Plan. Oh. Nice. Dankeschön, Dude. Weck, roll weg. Oh, ich kann... Ich kann während den Angriff nicht weckrollen. Das ist kacke. Warte mal, ging das nicht irgendwie? So und dann. Äh, so und dann. Wie konnte ich den Power-Move machen? Ich konnte doch irgendwie den Power-Move machen. Oh, meine Fäuste sind aufgelevelt. Ich hab'n meine Fäuste aufgelevelt. Nice. So, was haben wir hier? Gar nichts. Wir haben hier gar nichts. Genau danach hab' ich gesucht. Nach genau gar nichts. Toll. Und wir sind jetzt auch wieder nackt. Yeah. Was hab' ich denn hier Schönes? Erzählung von Barb. Du hast Seite 1 von Band 1 gefunden. Wow. Nice. Okay. Ich denke mal, wenn ich da reinrenne, verbrenne ich. Geh' ich nochmal aus? Okay, let's go. Ich hör' Schritte von überall. Wie viele sind denn hier? C2. Warten, analysieren, und? Warten, 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 warten. Hm. Holy shit. Ah. Ho. Renn, dude. Renn. Holy shit. Ich hab' durch Ballett. Einfach mal. Holy shit. Warten, 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 warten. Holy shit. Holy shit, war der geil. Yeah. Also, mit dem Schießen kann man zu zweit spielen, dude. Lol. Ho. Also, okay. Sobald, sobald er schießt, also, sobald ich ihn einmal getroffen hab, ist er für kurz Zeit unverwundbar. Interessant zu wissen. Oh. Oh. Ich hab' keinen Mond. Also, ne Waffe hab' ich auch, dude. Warte mal, was? Digga. Nice. Warte mal. Ich sterb hier noch. Ich sterb hier noch. Okay, wir gehen jetzt auf Fäuste demnächst. Wir warten noch jetzt. Was machst du da? Warten noch in dir ran, jetzt. Hm. Ja, jetzt haben wir ihn gut. Wir haben ihn jetzt in der Kombo. Hm. Komm her. Alter. Holy shit. Ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz wieder zurück zum... Spawn. Weil ich habe jetzt langsam Bock... ...wieder, äh... Ja, zurückzugehen. Oh yeah. Oh yeah. Alter, ey, die sind geil. Aber bevor wir jetzt wieder zurückgehen... Ich denke mal, ich habe jetzt hier alles gecleared. Was dagegen denn hier rumläuft, da kann ich erstmal alles looten in aller Ruhe. Oder? Ich habe einen Frosch gehört. Weil wenn hier ein Frosch ist, kann ich den hier auch noch schnell fressen. Aber ich habe volle Leben. Wirklich? Nur Geld? Nur Geld? Ich meine, der wäre ja zu einfach gewesen, wenn die Rüstung drin wäre, ne? Aluminium-Schrott. Nehmen wir mal mit. Ich habe Post bekommen. Cool. Cool. War da gerade was in Ecke? Ach nee, war hier nur... Da ist kein Wasser, was runtergetropft ist. Oder das war's? Kein Plan, für was ich Baumwolle brauche. Nehmen wir mal mit. Warum finde ich hier gerade so viele Materialien? Äh, Viereck war das, ne? Ja, Viereck. Warte mal, ich kann hier... Kann ich hier was machen? Ja, lol. Da hinten. Warte mal, warte mal. Hoch! Wie komme ich da hoch? Wie komme ich da... Ah, verstehe schon. Dumm-du-dum-du-dum. Was ist das für ein Pilz? Äh, tödliches Gift. Den nehmen wir mal lieber mit, ne? Den essen wir mal lieber nicht. Sollte ich vielleicht hier einfach rüberkommen, hätte ich hier umgehen können. Hey, Dude. Ich will nicht. Der will aber... Der will! Der will! Scheiße! Sorry, ich hab nicht mehr genug Leben für dich. Ich denke mal, ich hab ihn abgehängt. Alter, ich hab kein... Oh, scheiße.